Hey Peter, du sag mal, was sind denn gerade so die angesagten Themen? Woher soll ich das denn wissen? Aber Klima und Tiere gehen doch eigentlich immer, oder? Die Menschen müssen netzer zueinander sein und eigentlich auch weniger Fleisch essen. Die Menschen müssen netzer zueinander sein und eigentlich auch weniger Fleisch essen. Die Menschen müssen netzer zueinander sein und eigentlich auch weniger Fleisch essen. Die Menschen müssen netzer zueinander sein und eigentlich auch weniger Fleisch essen. Ich esse tödlich Margarita und ich liebe meinen Kater. Und ich scheiße auf die Rechten und alle, die mit ihnen gehen. Und morgen rette ich die Welt, also das, was mir gefällt. Mit der Margarita und mein Kater, meine Freunde und alle, die ich mag. Und das Klima und die Tiere und die Meere und zwischen Reich und Arm schließe ich die Schiene.